Willkommen zurück Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie üblich zum Sonntag heute nochmal Portfolio Bewertungen. Wir haben heute allerdings nur drei Portfolios am Start, da ich nicht ganz so viel Zeit habe. Ich hoffe die Episode wird euch trotzdem gefallen. Ihr lasst wie immer im Vorfeld auch ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wenn du noch nicht weißt, wo du deine Kryptos kaufen oder staken sollst, dann schau dir gerne Bitpanda an. Bitpanda ist die Nummer 1 unter den EU regulierten Börsen und sogar BaFin lizenziert. Profitiere von 0% Ein- und Auszahlungen, sogar per Kreditkarte und Paypal. Darüber hinaus kannst du nicht nur Kryptos, sondern auch Aktien, ETFs und Edelmetalle kaufen und das Ganze sogar per Sparplan. Registriere dich jetzt über den Link in der Videobeschreibung und unterstütze damit auch mich und diesen Kanal. So, einmal rüber in den Splitscreen. Im Hintergrund läuft wie immer der Bitcoin-Chart. Ich bin mal gespannt, ob wir schon eine starke Veränderung gesehen haben. Ihr wisst, die Portfolio-Bewertungen sind meistens immer ein, zwei Tage vorproduziert. Heute ist also gerade Freitag. Wir schauen uns Portfolio Nummer 1 an mit einem Wert von 36.000 Euro. Das Portfolio nennt sich The Way to 300k. Okay, da bin ich ja mal gespannt, ob das aufgeht. Also, gut, machen wir das erstmal ein bisschen größer. So, ich weiß, viele schauen immer am Handy und es ist immer sehr, sehr klein, aber viel kann ich da leider auch nicht ändern. Gut, einmal auf Telegram schauen, was du dazu geschrieben hast. Hey, Jay wollte ein kurzes Update von meinem Portfolio schicken. Nun bin ich endlich auch im Plus, aber zusätzlich noch für 25.000 Bitcoin und Ethereum aufgenommen, okay. So, dass ich mir insgesamt mit allem einen Wert von 300.000 Euro für investiert habe ich nun insgesamt ca. 60k. Okay, kommt da. Achso, hier ist nochmal ein zweiter, das hast du quasi separat betrachtet. Okay, kann man auf jeden Fall so machen, das Bitcoin-Portfolio dann mit dem Großteil Bitcoin und auch noch etwas ETH. Das sieht doch ebenfalls nicht verkehrt aus. Dürfte auch schon jetzt nach dem Pump, nach dem Trumps, eine ganze Ecke höher stehen. Also, wir schauen erstmal rein. Erstes Portfolio 36.000 mit Großteil der Position natürlich Bitensor Tau. Link, Accela, muss ich mir mittlerweile, glaube ich, auch langsam mal anschauen, sehe ich jetzt häufiger im Portfolio. Ich habe mich leider noch nicht mit dem Projekt beschäftigt, da kann ich noch nichts zu sagen. Dann haben wir noch ein bisschen Dual, Doge, Solana, Algo, Floki, Astra, Mena und Casper. Ja, also, wir müssen natürlich das Gesamtbild hier betrachten. Erstmal, das sieht natürlich sehr gut aus. 0,34 Bitcoin ist ein super Bestand. 2,4 ETH machst du auch nichts mit falsch. Sprich, das als größten Position, rund 60.000 und dann natürlich gefolgt von den Top-Positionen, in dem Sinne mit Tau und Link. Damit hast du schon mal alles richtig gemacht. Also, das sieht sehr, sehr gut aus. Füllt auch den Großteil da mit deines Portfolios, über 50%. Also, ja, das sieht schon mal extrem gut aus. Sehr auf Sicherheit gesetzt, das Top-Narrativ auch betroffen. RWA, alle Narrativen. Du hast alles drin, was du in dem Sinne brauchst. Aber auch hier, finde ich, ist zum Schluss einfach ein bisschen viel gezockt worden. Irgendwo muss man natürlich auch sagen, wie gesagt, Accela, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Sui, aber top. Top-Sai, müssen wir so ein bisschen schauen, wie der sich noch etabliert. Also, wenn wir wirklich die großen Transaktionen, die ganzen Stresstests durchlaufen oder ob das so endet wie Solana 2022. Naja, müssen wir schauen. Gut, IMX, Matic, glaube ich auch nicht mehr so wirklich dran, dass der nochmal großartig zurückkommt. Also, seit der Migration ist es auch eher nur negativ verlaufen. Müssen wir schauen. Und dann, klar, hast du noch einige Top-Projekte, die ich ebenfalls auch mit im Portfolio noch mit drin habe. Aber für mich persönlich wird es dann auch langsam irgendwo ein bisschen zu unübersichtlich. Du hast dann auch eher so auf den Trip gesetzt, okay, ich will überall noch irgendwo dabei sein und schmeiß dann nochmal hier 500, da 800, da 300 mit rein, um alles irgendwie mitzunehmen. Aber, ja, fände ich dann persönlich ein bisschen unnötig, weil ich sage mal auch, ja, klar, abgesehen vom Solana ist jetzt aber auch nicht diese nennenswerte Summe, hättest du dir hier eigentlich die komplette Seite fast sparen können. Ja, also, klar, ich will jetzt nicht sagen, dass Scheiß-Projekte sind. Ich habe auch noch ein VRA im Portfolio und sowas. Das ist klar. Oder iTech mal drin gehabt und dass der nochmal zurückkommt, ist natürlich auch möglich. Aber, ja, finde ich dann zum Portfolio irgendwo ein bisschen too much. Und ansonsten, ja, Part 1, erste Seite über 50%, ja, gut 60%, etwas mehr sogar, hast du natürlich super angelegt. Von daher ist das sehr gut und mit dem Rest des Portfolios ist dann so ein bisschen überdiversifiziert, meiner Meinung nach. Also, da kannst du mindestens, finde ich zumindest, eigentlich die Hälfte irgendwo aussortieren und du hast trotzdem alles, was du brauchst dann da im Portfolio. Welche Art sei jetzt ja mal dahingestellt, du hast das Narrativ erfüllt, du hast eine Top-Position im Tau, du brauchst jetzt nicht noch drei weitere AI-Coins oder so irgendwo da drin, die im Low-Cap-Bereich sind. Genauso mit dem RWA-Bereich, wenn du jetzt einen Ondo und einen Link hast, das ist in Ordnung. Da müssen auch nicht noch fünf Low-Caps mit aufgenommen sein, zumindest dann nicht in der Höhe. Also, ja, wenn man mit den letzten fünf Prozent oder so oder zehn Prozent des Portfolios dann noch ein bisschen rumzockt und das aber auch klar vom Portfolio trennt, in Ordnung, mache ich ja auch immer mal gerne einen Low-Cap mit aufnehmen, aber, ja, irgendwo wird es dann logischerweise auch zu viel. Aber ansonsten, klar, sehr, sehr solides Portfolio. Du hast dir dementsprechend vorgestellt, so wie es der Name des Portfolios auch sagt, dass du dir insgesamt 300k erhoffst. Das könnte eng werden, weil du natürlich jetzt den Großteil natürlich auch in Bitcoin und ETH gelegt hast, was sehr gut ist für die Sicherheit, aber, ja, da müssen wir halt auch ehrlich sein, ich glaube nicht, dass Bitcoin diesen Run jetzt unbedingt sich noch verfünffacht oder so vom jetzigen Stand aus, aber wer weiß, auch da können wir uns natürlich gerne überraschen lassen. Ansonsten sind natürlich auch ein paar Knallfrausche dabei. Wenn die natürlich außerordentlich gut performen, dann die Low-Caps, ist es natürlich auch eine andere Geschichte. Also 300k, ja, sollte dementsprechend drin sein. Du hast jetzt einen Wert gut von 63.000 Stand jetzt des Portfolios. Das könnte auf jeden Fall gut klappen. Das ist realistisch, du erhoffst dir jetzt ja keinen 10, 20x oder so davon, dass du damit ein Millionär wirst. Von daher ist das eine realistische Prognose und kann gut hingehen. Also, solides Portfolio, sehr, sehr stark angefangen. Danach wird es ein bisschen unübersichtlich, aber, ja, alles in allem definitiv solide. Mach so weiter. Und schau aber auch, dass du sämtliches dann entsprechend aussortierst und auch wirklich Profite ziehst, insbesondere in den Risk-Caps. So, gut. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal dazu. Sehr, sehr stark. Jetzt Portfolio Nummer 2. Äh, ja, wir schauen erst wieder, was dazu geschrieben wurde. Bin 23 Jahre alt, komme aus der Schweiz, arbeite bei einer Bank und verdiene dementsprechend ziemlich gut. Seit Ende des letzten Bullruns investiere ich in Krypto und habe mir da, wie gefühlt jeder, die Finger verbrannt. Ich habe explizit kein BTC und ETA im Portfolio, weil ich eher auf Risiko setze. Und mit diesem Bullrun circa ein 8-10x erhoffe, habe einige sichere, in Anführungsstrichen, Alts und einige Zocks dabei. Auch wenn dies nicht funktioniert wäre, ist kein Genickbruch, aber mindestens 100k, also circa 2,2x erwarte ich auf jeden Fall. Ich denke 8-10x oder 2,2 ist Minimum und 8-10x erhoffst du dir eigentlich. Würde ich jetzt mal so rauslesen. Was meinst du dazu? Feier deine Videos, immer weiter so. Dankeschön. Also, 23% Link, 5,9% Quill, AKT mit 15,7%, ChainGPT mit 6,4%, 7,9% VLA, 6,6% QNT, 6,7% HBAR und noch 26% andere. Dann gefolgt von dort, Ionet, Flux, VTHO. Achso, da ist schon das nächste Portfolio. Okay, ja, also eine Seite erstmal, was die Diversifikation betrifft, hast auch du eigentlich soweit alles abgedeckt. Wie gesagt, für mich, gerade wenn das Portfolio höherpreisig ist, gehört auch einfach ein Bitcoin rein. Als Sicherheit, ja, wie gesagt, klar, es ist dann irgendwo in Anführungsstrichen Rendite-Killer vom jetzigen Stand aus noch, aber auch Bitcoin hat jetzt vom Boden 5x gemacht und, ja, wenn er sechsstellig wird irgendwo, dann hat auch Bitcoin vom Boden seinen 10x gemacht. Also, man kann auch langfristig logischerweise mit dem Bitcoin-Rendite fahren, von daher, für mich gehört es trotzdem in jedes Portfolio, zumindest sobald das über 10.000 Dollar ist. Aber gut, das muss ja jeder selber entscheiden. In dem Fall, du hast einen RWA-Bereich abgedeckt, du hast Cloud Computing, Deepin, AI hast du da auch mit drin, insbesondere mit Equilibrium nochmal, können wir natürlich hoffen, dass der nochmal richtig knallt. Und ansonsten, ja, also mein persönliches Portfolio wäre es nicht. Link und AKT habe ich auch sehr, sehr stark gewichtet, aber per se, ja, VWA und Restbestand QNT habe ich natürlich auch drin. Ich habe auch noch einen Restbestand vom Dot-in-Portfolio, aber das würde ich persönlich einfach nicht mehr so stark gewichten. Also, da auch nochmal zu den letzten Portfolio-Bewertungen, weil da extrem viele Leute durchgedreht sind, weil ich ihren Lieblings-Coin nicht in den Himmel gelobt habe. Also, ich sage das ja nicht, weil ich jemandem die Rendite nicht gönne oder so, oder euch die Träume zerstören will. Im Gegenteil, ich würde mir wünschen, dass jedes davon noch ein 10, 20x macht und auch dort auf 120 Dollar geht, dann hast du nicht gesehen. Aber wenn manche einfach hier ein Portfolio haben, dass 90% aus QNT, Algo, Dot, ADA und noch Casper besteht, dann sage ich dem nicht. Geiles Portfolio, sehr stark, 10x mindestens, 9, 20x, du wirst schon Millionär, lehn dich mit deinem 20.000-Dollar-Portfolio einfach zurück, ganz entspannt, du wirst schon reich. Das werdet ihr von mir nicht hören, so. Ihr braucht euch nicht angegriffen fühlen, wenn ich sage, ja, der Coin wird es mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr schaffen. So, wie gesagt, ich sage das ja nicht, weil ich ihm irgendwas versauen will und schickt bei mir das Portfolio rein. Ihr wollt meine Meinung dazu wissen und meine Meinung ist halt so, dass der Großteil der OG-Coins, und das haben wir in allen vergangenen Zyklen gesehen, und wir sehen es ja aktuell auch jetzt, nicht mehr das Eultamai schaffen werden. Bei weitem nicht. Ja. Gut. Aber okay. Ansonsten, ja, per se ist da alles drin, was du brauchst. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich hätte es prozentuell auch anders verteilt, weil, ja, VRA ist, es ist natürlich irgendwo auch ein Zock. Ich meine, du bist dir offensichtlich des Risikos bewusst. Du hast ja gesagt, du hast teils sicheres angelegt, wie zum Beispiel auch Link, und zum Teil aber auch ein bisschen gezockt. Wenn du dir des Risikos bewusst bist, sehr gut verdienst und das verkraften kannst, okay. Ich würde jetzt H-Bar und QNT nicht unbedingt als Rendite, oder Dot, in dem Fall hier, der jetzt als Rendite-Zock sehen. So, das, ja, meiner Meinung nach geht da nicht mehr ganz so viel. Du hast ja gesagt, ein 8-10x erhoffst du dir. Natürlich kann das Portfolio das in dem Sinne schaffen, insbesondere, ja, wenn gerade aus dem Equilibrium oder ein VRA, die jetzt noch eher Low-Cap sind, völlig durch die Decke gehen und deutlich mehr abwerfen als erwartet. Und per se kann ich mir das auch bei Link noch vorstellen. Aber du musst halt auch damit rechnen, dass du vielleicht, das ist wieder noch meine Meinung dazu, mit einem Dot, mit einem QNT, einem H-Bar, eher einen Rohrkrepierer im Portfolio hast, der dann so ein bisschen dagegen ansteuert. Aber grundsätzlich, 8-10x ist möglich. Du hast gesagt, du 2,2x, das ist das Mindeste, erst mal, was du erwartest, das wirst du auf jeden Fall schaffen. Und alles, wenn alles darüber hinaus für dich gut ist oder dich glücklich macht. Und das ist auch, finde ich persönlich, die richtige Einstellung. Man sollte lieber erwartungsfrei wie möglich daran gehen und mit kleineren Gewinnen auch zufrieden sein. Klar, wegen 2x bin ich nicht im Kryptomarkt. Das ist logisch, natürlich erhofft man sich mehr. Aber ja, hoffen, glauben, denken, wünschen, das können wir woanders, aber nicht an der Börse. Also ich erwarte oder ich erhoffe, besser gesagt, natürlich auch viel, viel mehr von meinem Portfolio. Und ich hoffe auch, dass ein Dot noch ein 10-20x macht. Aber wie gesagt, das spielt an der Börse keine Rolle. Meiner Meinung nach wird das nicht mehr geschehen und ich werde frühzeitig die entsprechenden OG-Coins natürlich auch abstoßen. Gut, also ja, dennoch, irgendwas dazwischen ist, denke ich, ein sehr, sehr realistisches Ziel. Und wenn du mit etwas weniger auch zufrieden bist, zeigt, dass du auf jeden Fall nicht gierig wirst und das zu schätzen weißt. Also ja, schon. Ansonsten ist auch das von der Diversifikation per se in Ordnung das Portfolio. Mein Persönliches wäre es nicht. Das wäre mir zu viel Aufmerksamkeit in den entsprechenden Coins. Aber ansonsten, ja, kann ja natürlich jeder machen, wie er möchte. Also auch da solide. Da gibt es ganz, ganz andere Portfolios, die schon eingesendet wurden. So, dann sind wir auch schon beim letzten Portfolio mit einem Wert von 51.700 Dollar. Und auch da schauen wir einmal rein. So, Halloday würde mal mein Portfolio einsenden und wenn du magst, ganzes bewerten. Ich habe leider Render, Tau und Sui verpasst beziehungsweise waren nicht immer liquide. Ist aber okay für mich. Bin seit dem vor 21 Bullrun dabei. Ich hoffe auf 200 bis 250k, also ein 4 bis 5x im Durchschnitt. Klar, der BTC wird wahrscheinlich kein 4x mehr machen, aber dafür machen die ein oder anderen eventuell etwas mehr. Hab ein paar Knallfrosche drin. Aber noch ein paar Altlasten wie Crow, die ich aber halten will und im Run alles abstoßen möchte. PS, bin mit BTC gut im Plus und gesamt mit ein paar Tausend auch im Plus. Hab bei einigen Projekten gut den Boden getroffen. Okay, schauen wir mal rein. Also 44% Bitcoin, da kann man sowieso schon mal nichts gegen sagen. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Also das ist ungefähr so wie bei mir jetzt gerade. Also ich war ja im letzten Jahr noch bei ungefähr, oder Anfang des Jahres eher glaube ich noch so, ja bei 36% Bitcoin. Mittlerweile bin ich auch über 40% Bitcoin gelandet. Ziel sind 50%. Finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Insbesondere je größer das Portfolio wird. Also wenn jemand jetzt ein 2 Millionen Dollar Portfolio hat, dann spricht auch nichts gegen 80, 90% Bitcoin. Oder gar only Bitcoin. Jeder, wie er in dem Sinne möchte. Je mehr Geld zur Verfügung ist, desto geringer muss man ja quasi Rendite erwirtschaften. Michael Saylor, der ist mit 10, 20% Jahresrendite in seiner Bitcoin-Strategie mehr als zufrieden. Der sucht nicht danach, wo kriegt man schnell den 10x-Token her oder sowas. Aber gut, schauen wir erstmal weiter. 8% Sai, 7% Link, 4% XRP, 36% andere. Ja, da sind auf jeden Fall die besagten Altlasten noch drin. Crow, Novus Network, Kata, Kata Inu. Na gut, Plus Network, IMX, Solana, Solidus, iiTech, Graf, Matic, Fed, Loop, XNA, Astra, JusteepT, noch einen kleinen Bestand. Das ist auch immer sehr gut, ein bisschen was auf Reserve zu haben. Das habe ich natürlich auch aktuell. Etia, Algorand, Velo und Hedera. Das war es dann auch. Ja, eigentlich so ein bisschen ähnlich wie im ersten Portfolio. Meiner Meinung nach gut angefangen. Ein bisschen stärker auf Sicherheit gesetzt. Und den einen oder anderen Knallfrosch dabei, aber dann auch viel ins Unnötige, meiner Meinung nach, gezockt. Also CKB würde ich mir auch in dem Portfolio noch mit am meisten ausmalen. Das, ja, wenn Bitcoin natürlich sechsstellig wird, CKB richtig dick da noch mitzieht und da noch ordentlich was geht. Ansonsten, ja, Crow XRP habe ich auch noch einen Restbestand drin. Link ist auch eine starke Position von mir. Sai, wie gesagt, müssen wir gucken. Katar ist natürlich ein Meme-Coin. Ich habe nichts davon im Portfolio, würde es auch niemandem empfehlen. Aber klar, wir haben auch einige Meme-Coins logischerweise gesehen, die sehr durch die Decke gegangen sind. Von daher, wenn man da mal was anlegt. Ich weiß ja natürlich auch jetzt nicht, wie der Bestand zustande gekommen ist. Ist das jetzt schon 10x in deinem Portfolio oder hast du 5.000 reingeschmissen und hockst jetzt auf nur noch 1.300? Das sind natürlich Informationen, die ich jetzt nicht habe. Aber ansonsten, ja, ich kann es verstehen, dass man auch mal gerne den einen oder anderen Meme-Coin mitnehmen möchte. Ist ja per se auch nicht unbedingt verkehrt. Ja, dann natürlich auch du hast die Narrative entsprechend abgedeckt. Allerdings meiner Meinung nach nicht unbedingt optimal diversifiziert. Also ich hätte persönlich dem AI-Tech, also nicht dem AI-Tech hier, sondern dem AI-Sektor die größte Aufmerksamkeit in dem Sinne in Altcoins geschenkt. Das kommt bei dir ein bisschen zu kurz. Du hast es zwar drin mit AI-Tech und GRT beispielsweise oder XNA, aber oder Fetch hast du natürlich auch drin. Aber ja, ist meiner Meinung nach prozentual dann relativ schwach gewichtet. Hätte ich persönlich eher hier so mindestens mal an dritter, vierter Stelle eines der Projekte dann eingeordnet. Narrative hast du aber ansonsten alle erfüllt. Ähnliches wie beim ersten Portfolio. Eigentlich recht gut angefangen, bis wir vielleicht die ein oder andere Position hier, die man sich meiner Meinung nach hätte sparen können. Und dann geht es auch definitiv in dem Bereich zu haben, so ein bisschen zocken. Und man wird immer, das wird jeder, das werde auch ich haben, ein, zwei Rohrgrepierer im Portfolio, die halt nicht so außerordentlich performen. Aber du hast auch gesagt, du bist mit 4, 5x insgesamt zufrieden. Und das solltest du auf jeden Fall schaffen mit dem Portfolio. Selbst wenn der Bitcoin das logischerweise vielleicht vom jetzigen Stand aus her nicht mehr macht, du auch vielleicht zwei hast, die komplett abstürzen, der Durchschnitt wird, denke ich, ein bisschen besser performen. Also auch da, ja, sollte auf jeden Fall drin sein. Ein persönlich, wie gesagt, hier zu dem einen oder anderen Projekt kann ich auch nichts sagen, damit nicht beschäftigt. Sind natürlich auch die, die du vollständig abstoßen möchtest, hast du ja auch selber gesagt, dass du davon runter möchtest, genauso wie von den Altlasten, was wahrscheinlich dann so Crow und XRP etc. betrifft. Ja, ist doch auf jeden Fall ebenfalls solide aufgestellt, gerade durch die größere, durch den größeren Bitcoin-Anteil. Ja, da sieht man halt auch einfach, gerade bei der Performance jetzt, da hat man doch nichts falsch gemacht, auch mit einem großen Bitcoin-Anteil nicht. Da kann man immer noch gute Rendite mitfahren. Und wir sehen ja einfach jetzt, wie unfassbar schwer, nahezu unmöglich das ist, für den Kleinanleger da draußen, für den Großteil da draußen in der Welt, überhaupt noch 0,1 Bitcoin zu akkumulieren. Also wer hier wirklich mit 0,1 plus oder hier in dem Fall 0,3 Bitcoin unterwegs ist, der gehört für mich schon zur absoluten Elite. Ja, das ist krass. Und das wird noch krasser in Zukunft sein. Also jeder da draußen kann sich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich schätzen, wer mehr als 0,1 Bitcoin bereits im Portfolio hat. Das ist eine unfassbare, starke Performance. Denn 99% der Welt wird es nicht mehr schaffen, jemals auf überhaupt einen einzigen Bitcoin zu kommen. Niemals. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Also auch du wirst meiner Meinung nach dein Ziel auf jeden Fall erreichen. Sehr konservativ und was auch gut ist von der Einstellung her. Also, ich wünsche euch natürlich allen dreien viel Glück. Ich hoffe, euch haben die Bewertungen wieder gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da und sendet selbstverständlich euer Portfolio ebenfalls, wenn ihr möchtet, gerne bei Telegram ein. Natürlich immer mit einer gewissen Wartezeit. Wir machen das ja nur einmal die Woche. Ansonsten einen schönen Rest unter euch und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.